hier ist der chef er hat uns dieses cool ist das check gemacht und dann er macht auch eine spezielle tost wo er macht er jetzt gerade die tost er nimmt dann diese tost mit mit tomaten und saftig gutes ok so leute es geht los also das ist der spezial ms tost er hat schon die zwei toster rein und den ketchup tomates ketchup mit käse und er hat dann ein loch da in der mitte gemacht und er machte denn jetzt drauf sieht so gut aus und das hatte dann seiner gemacht schokolade kuchen das war auch lecker schwester von m also wir zeigen nicht die ganze küche weil die mama hier ist und die macht uns sagen wir können sie nicht zeigen weil sie meinten sie hat uns noch nicht geschminkt die frauen halten also die weißen schön was die machten kaschern kaschern bist du alter und er hat auch dieser milkshake gemacht also sehr lecker sieht gut aus super und das ist die mama's hauskuchen aus mardin glitsche so was sieht aus also ich gebe für das von 100 point also ungefähr 90 point man kann ganz lecker erfrischend trinken super ich möchte gleich euch das zeigen also schauen sie mal der junge macht ganz klein hier ist schön sauber und alles okay aber hier eine frohe arbeit ist sieht so gut katastrophe aus chaotisch und man sie meint ja natürlich dass wir katastrophe sind immer die frau aus meinen also meister es geht los ja cool bis dann und dann hatte dann jetzt gelegt cool und das wird dann gebraten lecker lecker bis dann so sieht gut aus lecker lecker das ist der meister toast und wie heißt das ms toast number one das ist die ms toast und ms milkshake ich werde es für sie ausprobieren und einem point geben mal sehen soll ich dann 100 oder 90 oder 80 warte mal chef also jetzt geht los mit dem ms toast und eier und tomaten und käse gut gebraten lecker 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 we sinnen uns bis dann bis dann boxe gut zu ja Bis zum nächsten Mal.